Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Out of Map Clash zeigen und zwar geht der Solo und im Team Modus. Was das heisst 1 bis 4 Player. Was ihr dafür machen müsst ist wieder mal die Mobilisierung mitnehmen und was ganz wichtig ist Stemming Up. Das ist ja dieses Schneller Laufen Perk oder einfach schneller rennen. Jetzt kommen wir zu diesem Part wo ein bisschen schwerer wird weil man muss genau da in diese Ecke rüberspringen. Natürlich müsst ihr die Tarnung aktivieren und dann genau in diesem Winkel springen wo ich springe. Das ist ein bisschen tricky Leute und wirklich nicht ganz einfach. Ich musste sicher auch 4-5 mal probieren bis ich da drin war. Und wenn ihr es so geschafft habt dass ihr so drin seid könnt ihr entweder so bleiben und dann kommen alle Zombies irgendwie unten dran und oben hin. Genau da oben auf diesem Balken sind sie dann auf dieser Säule und Pileappen genau da oben. Ihr könnt da oben natürlich auch sterben wegen den Bomber Zombies oder was auch immer. Wenn ihr jetzt natürlich noch weiter wollt was ich denke dass ihr das wollt müsst ihr euch wiederbeleben. Also euer Kumpel muss euch wiederbeleben oder ihr kauft einfach dieses Quick Arrive dass ihr selbst wiederbelebt wird. Wenn ihr dann da oben seid könnt ihr von da aus auch Out of Map gehen zu dieser Batterie nach unten. Also das heisst unter Barbarossa. Wenn ihr da unten seid könnt ihr ja diesen Easter Egg Skip Glitch machen. dass dieses Easter Egg ja dass ihr nicht alle Steps machen müsst. Für das müsst ihr einfach da runterspringen und da seid ihr schon bei Barbarossa. Dieser Glitch ist echt cool und ich gebe noch ein Shoutout an den Silent9 der diesen Glitch gefunden hat. Guckt natürlich auch mal bei ihm vorbei. Der macht wirklich auch die coolsten neuesten Glitches. Und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye Bye.